Scheiß Kampfroboter Wo gehts weiter? Da ist ne Leiter Wollen wir mal Pluck, Tür auf, der Triage Ob Aber nun dreht er durch Finde ihn schnell Irgendein Raum drin, wo es um ne Ecke geht Oh Gott, ist das dunkel hier Da krieg ich Angst So, schauen wir erstmal, ob wir was Geheimes finden Wie zum Beispiel das da So Hoppala, damit haben wir den gefunden Oh, 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 oh Das Wichtigste im ganzen Spiel Die Heilpunkte Was wär ich? Ich bin schon auf dem Weg Dann ist gleich wieder irgend so'n Was ist das? Das Dickdarm-Depot? What? So, ich muss da runter Andocken Angefordert Ich glaub, der dockt jetzt an, oder? Ja Okay Klar Wenn du dich zierst, Nilin, dann kann ich auch nichts machen Tja, also Da bist du selber schuld, ich hab gedrückt Wir stellen uns sofort Ersatzteile auf Okay Ah Ich muss einfach nochmal drücken Hupsi, ich wollte schießen Das ist immer diese Diese Gewalt im Video spielt Man will immer schießen auf alles Durch der Lüftungsschacht Das endet eh wieder damit, dass ich da durch den Lüftungsschacht kriechen muss Das ist immer dasselbe Was passiert jetzt? Fehlfunktion erkannt Ah, der ist kaputt Kommt da drüben einer hin Jetzt kann ich hier drüben Identifizierung Beschädigter Behälter Bestimmungsort Industriereparatur Und kann hier rüberspringen So So komm ich hier runter Ich glaub das soll da ganz unten sein Egal, komm schießen wir einen ran Das war nicht die richtige Genau So einen brauchen wir Wo fahren wir lang? Haben wir noch das gelernt? So Ich hoffe ich bin hier noch richtig Hat sich jemand das Kennzeichen aufgeschrieben? Nein Scheiße Ähm So Und da einmal runter Das sieht doch Ja Autsch Identifizierung Delikatessenz Bestimmungsort Kühlhauszug So Und jetzt muss ich wieder hoch Oder was? Da hinten Das ist der der mir angezeigt wurde Ja Dränge dich mal durch Halt mal die Luft ein Zieh mal den Bauch ein So Yay Mehr Gesundheit Yay Endlich mal wieder was sinnvolles Kann ich nicht Kann ich nicht hier irgendwie drin fliegen oder sowas Das wär Äh Das wär was Äh Okay und Ein Stück müssen wir noch Stopp So Halt stopp So einmal da rüber Hier hüpft Wie komm ich jetzt wieder hoch? Hier ist was Happy Jetzt muss man wieder den ganzen Scheißdreck hochklettern Nilen Willst du mich verarschen? Hä? Da machte sie sich nicht hochziehen? Sehr gut Ich hab den falschen Kopf gemacht Nilen Identifizierung Kompaktabfall Ist ich hier wieder? So Ja Komm Lebensbalken erweitert Schön Hatten wir schon mal? Kompaktabfall So geil So was zählt denn denn? Ist auch Kompaktabfall Weil eigentlich ist ja relativ kompakt gehalten In dem großen Im großen Karton hier So Hier hüpft Einmal rüber Und Hier hüpft Scheiß Jump'n'Run-Einlagen So Hüpft Klettern So Jetzt Hey Sie kann sich noch hochziehen Ich muss da rüber Die Dinger sind jetzt Hoffentlich Ja Sieht gut aus Künstlerisch wert Ich bin hier künstlerisches Frachtgut Sehr gut So So Zu Osmos So Ist mir ne Weltraumputze angezeigt? Du machst alles gut Weiter vorne ist ein Aufzug zur Ladengalerie im 103. Stock Geh durch sie hindurch zum Hauptsicherheitsposten Trace wird dort sein Trace wird dort sein Ja Das ist die Weltraumputze Okay Sind bestimmt schon wieder Lieber unterwegs hier Achtung Bewohner mit einem neuen Kind Und über 5 Jahre Mitgliedschaft Steht jetzt eine geräumte Jucleus-Hool hinzu Danke, dass ihr Minopolis gewählt habt Auch nicht vergessen Yeah Aufzug zum Harmonie-Einkaufszentrum Ich will zum Harmonie-Einkaufszentrum Mach auf Kann ich zum Harmonie-Einkaufszentrum Das ist geschlossen heute Scheiße Ah Solche Jungs Hop Komm schon, komm schon, komm schon So, weg mit deinem Schild Ganz Wurst Der Gang ist ziemlich geil zum Kämpfen Ich krieg so viel Schaden rein Ich krieg so viel Schaden rein Bam Und das reflektiert auch schon Das ist so... Boah Ja genau Jetzt bin ich schon tot Hier geht nichts mehr Boom Und tot Nein doch nicht Okay Mach halt eine Logik Mach doch Kann ich euch jetzt alle überlasten? Ich bin so scheiß locker Der andere ist durch die Explosion krepiert Hihihi Hm Hm Jo Ja mal das Ding, das kann man auch noch mit wegblastern So, haha Haha, Idioten So Heilung? Heilung? Hallo? Ich brauche Heilung Ich bin verletzt Hast du hier irgendwo eine Heilstation gesehen? Ah Oh Hier liegt wieder was? Bam! Die Geschichte von Neo Paris Okay, ich hab das Gefühl Jetzt müssen wir einfach timen Pling rausziehen rausgehen Passt Ist hier nirgends eine Heilstation? Da kommen bestimmt nochmal Gegner raus Hallo? Heilung? Heilung? Nein, ist nicht da Okay So Das ist nicht auch zu kursen Eine Gesellschaft, die nur ihre Fehler vergessen will Wird nicht überleben Meinst du? Das Werk meiner Eltern Du bist nicht wie sie, Schwester Und außerdem Deine wahre Familie bin ja ich Stimmt's? Ja, wenn all das vorbei ist, müssen wir uns treffen Ja, wenn das alles vorbei ist Aber nun hält mich nur noch die Verborgenheit am Leben Verstehe Achtung Anwohner Stromschwankungen auf einigen Etagen Unsere Ingenieure sind über das Problem informiert Wir wünschen einen schönen Tag Dankeschön Auch so Preis ist wahrscheinlich schon am Hauptsicherheitsposten Finde ihn Schnell Auf welchen Stock seid ihr? 134? Das ist die Hölle Die Hölle Das ist die Hölle Das ist die Hölle Oh hey, Lieber Hier Dort kann man durch Da drüben Wir können hier nicht bleiben Lass nicht da oben, Mann Kommt runter zu uns Gibt's hier irgendwo ne Heilung? Moin Ich hätte gerne noch ne Heilung bevor jetzt hier irgendwelche Lieber kommen oder so Wär voll lieb und nett und alles Alles Nix Da hab ich so ein Ding gehört, so ein komischen Bug da Happy Place Hm Okay, da muss ich irgendwo anders rum Sind's voll unfair, Lieber können kriechen, ich nicht Sind voll überlegen Oh, das ist geschlossen Warum? Ich versteh's gar nicht Dass sie zu haben Das ist voll unlogisch Nur weil der Laden ein bisschen kaputt ist Wo soll's denn hier weitergehen? Ich muss doch hier bestimmt irgendwo lang kriechen Klettern Dings Der rum Ah, davon ist eine Ja Ui Ein Nieser unterdrücken Hey, nicht mich ausschließen Boah, die sind voll gut Ich muss jetzt hier Ach Die Örschlächer haben mich ja eingesperrt So, Moin Ja, jetzt kann ich schon mal versuchen, ob das passieren, oder? Ja, das hat mich Nein 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 Vielen Dank.